Grrrrrrappado! Du spielst die nächste Runde als Soldat. Niiice! Verschützt unsere Anführer! Ok, der Bubafett hat schon einiges an Damage kassiert. Nice! So, da unten kämpft irgendwo in Darth Vader oder so. Kann ich hier drauf? Nice! Oh, oh! Schurken besiegt! Nice! Darf ich nicht? Ok, musste ich Prinzessin Leia nehmen! Seht euch nicht mit mir an! Ich bin Prinzessin Leia! Und ich habe null Kills gerade gemacht! Nice! Aber dafür bin ich jetzt Leia! Einfach nicht sterben am besten, würde ich mal behaupten. Ich bin ein Yeezy, genau wie mein Partner! Oh Leute, ok! Zeigen wir ihnen, wozu die Revision ist! Dann ist! Ich bin dein Kind verdienen! Das ist heute! Ich bin ein Koch, und ich bin ein Koch, oder? 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 War das denn? Das wird der Prinzessin tun. Wir haben jetzt nicht mit uns geholfen. Los, 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 Hilfe. Komm mal. Alter, ich hab grad keine Ahnung, was ich hier tue. Ja, oder wo mein Team ist oder sonst wer. Ich wurde jetzt gedubbelt von zwei Seiten. Sollten die nicht irgendwie bei mir in der Nähe sein? Okay, das war's mir jetzt wert. Einfach draufballern. Niederlage ernsthaft? Schade. Schade, dann auf in die nächste Runde hier, ey. Achso, dann so... Okay, okay. Wir haben aber immer noch drei... Okay, die haben... Okay. Ach, ich versteh nicht ganz so nach, dass berechnet wird. Aber irgendwo ran will's ja liegen. So... Sie werden Jagd auf unsere Anführer machen. Sorgt dafür, dass ihnen nichts passiert. Das war der erste. Fehlen noch zwei. Das war der erste. Fehlen noch zwei. Ich habe auch mal die Anführer eingeschossen. Ich möchte auch nur in den richtigen Winkel kommen. Ach, von der Scheiß Drohne da. Oh, hallo. Oh, shit. Weiße, ich renne eine halbe Stunde durch die Balachei. ja ich habe wieder richtig viel gemacht nämlich gar nix ja geil so wenn man das doch sehen richtig nice leute richtig nice 1 3 ja ich darf ich da flug skywalker spielen ich habe noch nie gespielt einfach nicht sterben müsste glaube ich das motto ich hoffe ich habe wegen der melodie kein kein muss ich wahrscheinlich rausschneiden ich bin richtig schnell allein ich bin jedes biet raus hier raus hier zumindest was bewirkt quatsch take that luke skywalker power luke luke tutu hier kommt der luke train okay noch mal das war das lief doch so gut dann nehmen wir auch gleich den luke train gucken wir mal gucken wir mal gucken wir mal da 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 tut 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 Platz da. Das Abwehr mit dem Laderschweiter ist echt witzig gemacht. Muss irgendwo am besten da unten, hier lang kremen. Der Boba Fett rennt mir aber auch weg, ne? Kann mir hier mal jemand helfen? Watsch! Luke, 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 Leute. Alter, ich bin ein richtiger Luke-Killer hier. Gib mir Luke und ich kille hier die bösen Schurken. Bösen Schurken. Oh, das läuft doch jetzt. Läuft doch so. Nice. Wir sind so voll in der Heldenübermacht hier. Okay, jetzt haben sie einen dazu bekommen. Wie haben sie das jetzt gemacht? Egal, 3 gegen 3. Okay, ich bin doch kein Held mehr. Als Rebellen-Sanat. Darf ich nicht die Ehrengarde werden? Schade. Wir müssen sie schützen, um das Imperium in die Knie zu zwingen. Ne? Lass das raus! Wie koste es, was es tut! Ach, shit. Oh, hallo, Gerido! Den haben wir! So close. Oh, das haben wir auch wieder geholt. Das ist doch nice hier, ey. Ach, wir sind sogar nicht gestorben und haben sogar Boa Fett ein bisschen Schaden zugefügt. Das ist doch schön. Ja, das ist doch schön. Die werden sich bestimmt immer da oben hinbewegen. Ich möchte gerne da oben hoch. Oder auch nicht. Ich bin ganz schön doof als Raider. Wir werden euch versichten und weiter. Quatsch. Alle zurück zum Absender. Nein, das Ding hat... Oh, wir haben es doch geschafft. Okay. Das war echt hart. Für mich ist es für eine Sekunde richtig close. Die zwei Geschichten hätten mich echt auseinandergenommen auf Dauer. Ah, nochmal. Nein, ich darf nicht das. Muss ich echt den Imperator spielen? Escht den Imperator. Aber immer ein lächelig. So, was kann der also alles? Ui. Aber ich bin ja so ultimativ Support. Haha, ich bin echt Support. Ich bin ja so ultimativ. Den haben wir. Zum Glück kann ich hier so schnell rumwuseln. Okay, da kümmern die sich drum. Imparator. Füge dich der ultimativen Macht. Schnell runter da, spring doch! Unbegrenzte Power! Ja, oder Macht. Ja! Toi, der dunkle Seite der Macht! wir haben Kalki ist mir 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 mehr er wenn man den spielen zu spät wenn ich wollte bei der Sturmtruppe 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 ich freue mich neben leute wie boba fett zu arbeiten und den imperator wie das wälder zu dienen das schon halte wie es sich immer anhört wenn der imperator los rettet aber danke dass das du hast mir nicht das leben gerettet das wieso nicht was habe ich dir getan das versuch mein bestes aber wie schatten muss ich einmal eine halbe stunde in die schlacht wieder rennen steiern solo so kann es nicht weitergehen seiten rennt der dreckige rebell ja ich habe an solo eliminiert dann brauchst du deinen sohn für ihn nicht mehr tun schönes ding dass ich weiß der spruch war ein bisschen gemein von mir aber verbeugt euch vor der ultimativen seite der macht der macht wieso dürfen wir jetzt nur zwei helden haben wahrscheinlich weil wir in führung sind oder so behaupte ich jetzt mal gehe ich mal von aus anders könnte ich mir jetzt nicht genau erklären aber hey press hard wenn du übrigens an start bist dann jetzt dürfen wir ok dann melde dich ruhig mal ne melde dich machen dün 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 so ich geh wieder meine geheime abkürzung wie elegant das fäder durch die gegend schwebt alter wie sich das erinnert wie so ein ey das haben sie echt geil gemacht dieses geschreie von ihm so der jämmerliche gegenwehr ist sinnlos der jämmerliche gegenwehr ist sinnlos der j commit Wo ist der denn in der Loop? Wo ist er? Da unten war er. Da rennt er. Ich bin gar nicht tot, weil ich eine halbe Stunde nach Luke Skywalker suchen muss. Da hinten springt er rum. Wo ist der hin? Der scheint wieder hier hinten rum zu sein. Mit seiner 1HP. Feiger, dreckiger Jedi. Ich komme da nicht hoch. Aber er ist da hinten hin. Kommt schon. Kommt schon. Ach Leute. Haben die echt gewonnen? Weil er die ganze Zeit wie so eine feige Sau rumgehampelt ist. Ernsthaft. Wie hoch darf der denn auch springen, ey? Ich geh halt immer speziell auf Feldenjagd. Jumpt der da die ganze Zeit durch die Gegend? Macht einen hier auf Wampel, Mann. Das kriegt der aber wieder. Aber sowas von. Auch wenn ich jetzt als Soldat spielen darf. Seht zu, dass die Rebellen unsere hochrangigen Mitstreiter nicht verletzen. Bin dabei. Bin auf dem Weg. So, hoffentlich ploppt hier was cooles bei raus. Ah, nice. So, hoffentlich. Nein, krieg ihn, krieg ihn, krieg ihn, schießt noch mal. Bitte, bitte, bitte. Haben wir ihn? Ich weiß es nicht, haben wir ihn? Nein, das haben wir. Das ist schon mal gut. Ja, den haben wir auch. Fette Sache. Ah, Mist, umzingelt, aber wir haben ihn geholt. Richtig geile Kiste, Leute, richtig geile Kiste hier. Ah, gleichzeitig weggeholt, gibt es doch gar nicht hier. Aber sie haben nur noch einen Solo, wenn unsere Leute es richtig anstellen. Dann sollte das kein Problem werden oder sein. Ach, da oben ist er in Solo, oder? Genau, da oben ist er. Da oben ist er. Da oben ist er. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Sie sind alle besiegt. Ja, nice. Haben wir. Oder so. Was? Ach, die Zeit ist abgelaufen. Okay, und wir hatten mehr Helden am Start. Also war das unser fetter, geiler, mega Ultrasieg. Schönes Ding. Schönes Ding. Oh, das Vader. Da, 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 da. Das, das, Vader, da, da, da. Haha. Bum, ba, dumm, ba, dumm. Dum, dum, dumm, 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 dumm. Ich finde es irgendwie schade, dass ich gerade mal irgendwie nur der Drittbeste bin. Obwohl ich das Gefühl hatte, bis jetzt am meisten die Helden aufs Kong genommen zu haben. Oh, nein. Boah, das war close. So, den haben wir. Nice. Das ist nur noch irgendwo bestimmt hinten der Campner Han Solo. Han Solo. Ah, Han Solo. So weit reicht das nicht. Noch zwei AP. Ich sollte... Oh, ich bin der letzte. Shit. Ich muss abhauen. Das fällt mir jetzt jetzt auf. Der Imperator ist auch dead. Alter, ich muss rennen. Ich muss so hart rennen. Ja, ich werde verfolgt. Ich bin so tot. Die Macht ist meine Waffe. Ah, shit. Ja, One-Hit. Leute. Ein bisschen muss ich mich auch auf euch verlassen können. Besonders, wir waren 2 zu 1. Und dann versteckten sich immer diese Helden da hinten irgendwo. Boah, ey. Miese Sache. Ah, ja, 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 ja. Ach, schon wieder kriegen wir dann so Greedo und... Ach, Greedo sag ich schon. Mal gucken, wen wir diesmal kriegen. So was, wie schnell die hinter mir her sein konnten und wussten, wo ich bin. So, jetzt aber dann hier irgendwie... Beschützt unsere hochrangigen Einheiten. Koste es, was es wolle. Ne, versuchen es. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn ich jetzt es in eine richtige Position kriege. Schade. Immerhin schon mal ein bisschen Schaden verursacht. Oh, ein Schock-Truper. Aber gerne doch. So. Oh, von hinten werde ich angeschossen. Ja, ich werde hier um von 10 Seiten umzingelt. Keine Ahnung, was mein Team gerade irgendwie anstellt oder macht. So. Einen von denen haben wir tot. Drei von uns. Das kann aber schnell umschlagen. Ah, schon mal ein Raketenwerfer. Schon mal nice. Jetzt müssen wir die Konsorten natürlich nur noch finden. Irgendwo. Irgendwo. Irgendwann. Oh, na 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 na. Die Zeit ist reif für ein wenig Zärtlichkeit. Okay. 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 Das Fehler. Ah, das ist ne. Da unten läuft doch einer. Ah, der war bestimmt irgendwas Besonderes. Ah, getroffen. Ah, Baumstamm. Ja, was? Oh, lol. Da liefen... Alter, wie das jetzt so ein Kuddelmull ist. Jeder Held für sich hier rumläuft und... Oh, man. Oh, man. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah, macht nix. Ah, pass auf, Boba Fett. Ich meine, konnte ich ihn ein bisschen, ein bisschen Scham machen. Und dadurch verreckt man zwar. Aber das ist auch wieder so, das Spiel geht ja weniger um die Kilds, sondern eher separat den Helden Schaden zu machen und das Team zum Sieg zu führen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass das so mit am wenigsten Punkte bringt. Okay, jetzt haben wir auf Zeit gemacht und haben dadurch gewonnen, dass wir einen Helden mehr hatten. Oh, ich bin sogar dann noch Minus gegangen mit den Kilds. Wie gesagt, ich war halt eher darauf fokussiert, die Helden zu besiegen, anstatt irgendwas anderes Großartiges zu machen. Und da, ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... so...